Willkommen zu einem neuen Tanki Online Let's Play, der zweite Part, mit dem Ladilo 132, mit dem Mülltonnel, der, der den Müllkompressor hat, mit dem Gigant, und natürlich mit mir. Was, mit dir? Mit dem Gelo, der Gelo, der hier. Ich seh, äh, meinst du dich? Nein, ich muss nicht. Ähm, ja. Zipfung nicht, ihr Zäpfer nicht, ihr Zäpfer nicht, ihr Zäpfer nicht, ihr Zäpfer nicht. Juhu! Ich bin der erste Elmer, weil ich die gewissermaßen alle hab. Zwischemal. Also, ja, mhm, 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 da hast du gekommen. Kommt noch mal alle hoch. Ich hab' ne voll geile Idee. Wir machen Dreier und einer, äh, und einer schubst uns dann runter. Nein? Ja Gott, wir machen jetzt mal wieder den Flotten Dreier, den wir eigentlich hier machen, aber einen Flotten Dreier. Ich wollte das doch, ey! Ey, hört auf zu streiten, oder ich kann euch beide. Hm? Schau, was müssen, wer der Babo ist. Ja, ich bin der Babo. Nö, ich. Schiss, Mann! Shit! Boah, ich flieg jetzt gar nicht auf den Flotten. So, sogar. Hey Leute, ich mach mal den Babo. Schau, was müssen, wer der Babo ist. Schau, was müssen, wer der Babo ist. Schau, was müssen, wer der Babo ist. Ja, ich bin der Babo. Ja, ich bin der Babo. Ein echt cooles Ding. Mai... Maias? Oh, Entschuldigung. Sorry. Ich wollte, ich wollte was. Komm hoch. Wir machen jetzt ne flotten Dreier. Ich fett jetzt auch nicht. Ey, ich, ich bin jetzt an dritter Stelle. Okay, dann schubst ich euch runter. Nein. Ach Mist. Gigant, sorry. Bisschen weiter nach hinten fahren. Mülltronne, ein bisschen weiter nach hinten. Mülltronne! jetzt war vor ich bin der erste ich bin der erste mülltonne verpässe vielleicht nicht nein hier drauf war noch alle auf mich fahren okay ich nehme speed warte und die mülltonnen die schubsen zum rund die mülltonne zu festen sind ja du fährst uns hinterher oder wer es geschafft auf uns drauf zu kommen ja wirklich das war wirklich ich wollte mich mülltonne soll ich agressiv werden genau schaut mal in die kommentare wie es euch gefällt wenn ihr vier zusammen blästleisch machen ob sich besser gefällt dann können wir doch das machen wir bekommen es mal so wie es wollte okay der erste ich bin oben also auf der erste ja und jetzt lasst uns ein dreier machen ich hatte schon lang kein dreier mehr das ist das ist das ist das ist das ist Was sagst du dazu? Wieso? Nein! Oh, Gigant! Komm näher! Komm näher! Und zieh zu wie du stürfst! Okay, soll ich dich abkacken? Oh, der Fickste! Der gibt so Arschfickste! Nein! Du fliegst auch und dann sagst du Ja! Alter! Wer war denn? Alter Kino, was ist denn für ne Lusche? Lusche! Applaus für mich! Applaus für den geilen Broman! Wer ist King? Wer ist King? Nein! Komm! Lass es! Mülltonne! Mülltonne, ich kenn dich wieder! Ich kenn dich wieder! Ich hab keine Hemmungen! Nein! Ich bin eiskalter Killer! Lusche! Oh! Wer hat geschossen! Das warst du! Oh nein! Mann, hör auf! Ich will dich auflüpeln! Mann, hör auf! Nein! Nein! Schönen Flug! Du bist auch richtig aufgekommen, ne? Ja! Ich weiss, dass das... Ich kann mir die Stellen gut merken! Mann! 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 Wusche! Oh, du Wichser. Oh, du wichser. Oh, 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 oh! Ich komm hier, komm mal, ich knall dir einen! Oh, ich meine, komm hier vor. Oh, er knallt mir einen. Wohin denn? Ich bin in die Gimtour. Okay, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Mama, der will mich so für Gewalt hätten. Ja, bleib, Gigan, lass, 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 Gigan. Lass, er ist Mülltonne. Mülltonne, sonst saue ich dich raus. Okay. Ich habe das gerade schon mit, ich habe das heute schon mit dem Oskar gemacht. Hast du ja bekommen den, hast du ja gesehen, der hat nur Heul. Warte, ich bin kurz in der Heilbox. Heul-Duse. Bist du Heul-Duse? Hä? Ja. Lali-Lo. Ja. Warte, Lali-Lo kommt von der anderen Seite. Ich will jetzt den Dreier mit dir machen. Ich will den Dreier mit dir. Ich will den Dreier mit dir. Und diese Folge wird heißen, der Vlade-Dreier Part 1 und Vlade-Part. Wo bleibst du denn? Lass, lass, fahr zurück, genau. Fahr jetzt geradeaus. Du bleibst dann gestern nicht offen. Du sollst jetzt hochfahren. Nein! Lass, Junge! Oskar? Oskar ist gar nicht da. Lali-Lo. Ja, warte. Fahr hoch. Hallo? Jetzt haben wir ja noch ein Dreier. Hey! Wo ist denn der Motor, ey? Jo, ähm, ja. Kurs, unser Brechner hier. Ja, komm, du machst den Flotten Dreier mit uns. Lali-Lo. Meinst du, wir kriegen auch ein Vierer hin? Hier, hier. Darf langfahren. Auf der Spur. Lali-Lo, die weg. Lali-Lo, nein. Auf der Spur. Auf der anderen Spur. Meinst du, wir schaffen ein Vierer? Ja, genau. Ich. Und jetzt voll an Gas nehmen. Alter! Verdammt! Komm, Lali-Lo, fahr mal hoch. Wir werfen es nur ein Dreier. Und? Ohne Spitz! Ohne Spitz! Ich hab jetzt... Mann! Oh, du Wechser! Ja, das ist... Mann! Das ist meine Scheiße! Sorry, das war jetzt aus Versehen. Okay, das war... Merke auf! Merke auf! Ihr weiß keine Lille, ich schwörs. Hm? Der ganze Bambi ist nicht. Ich könnt jetzt... Ich könnt jetzt die ganzen Töten... Oh, genau! Ich will auf München. Ich kann nicht das mal noch... Ich kann dich auch gleich mal reinschmeißen. Was machst du? Was machst du? Junge! Alter! Alter, der trifft mich da so in der Luft noch! Oh. inale! inale! Auf geht's zur Seite! Oh. 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 Uuuu Hahahaha Nananananamana 3 4 Ich was nicht. Hey, was zum Pinker war das? Wer hat von euch geschossen? 3-fache Verdichtung gigant warst. Ich hab nicht auf dich auf was dir gedacht. Ja, da steht doch Gigant. Vernichtet Mülltonne. Ja, aber die Gigant hat noch kein Vernichtet. Die doch einen hat er. Ich bin mal wieder der Team hier. Ja, weil wir eigentlich nur alle, was ich kenne, jetzt haben. Aber warte, ich komme mal her, Lai. Ja, ja, ich komme ja. Och, in 10 Sekunden ist die Schlaf zu Ende. Leute, alle runterfallen, alle runterfallen. Alle runterfallen. Komm, komm, alle runter. Alle, alle selbst vernichten. Alle selbst vernichten. Schalf ihn. Hast du jetzt die ganze Zeit runterfallen? Nein, schau mal an, schau mal an. Das liegt einfach weiter. Ja, aber man muss einen Gerätstoff haben, oder? Mach aus. Wieso? Ja, weil ich mal ein Zeppler möchte. Was, ich weiß nicht. Komm, wir treffen uns jetzt mal alle unten in der Mitte, okay? Wer schießt? Ich nicht. So flieh, ich nicht. So flieh. Alle nach unten. Sonst gibt es rumpeln. Ich bin schon auf dem Weg. Der ja auch. Oh nein, nicht in den Slough, bitte. Oh ja, genau. Genau in die, genau neben Slough. Genau, so einen Millimeter. Komm mal. Komm mal. Lailo, komm mal. Schieb mich mal runter. Schieb mich mal runter. Schieb mich mal runter. Ich wusste es. Ich hab mir einfach mal ne Mine gekauft. Nimm mal kurz aus, komm. Nein, jetzt bleib doch da, du. Okay. Wir sind mitzunehmendem El-Perl. Ja, kannst du dich einfach ausmachen. Ich hab genau schon, ich würde die anderen in der Merke einfach von dem das Blei ausmachen. Ey. Tim, komm, du mal. Ich? Ja. Also ganz gut, oder? Nein. Nein. Shit. Mann. No. I can't fly. Was ist das? Warte mal. Du bist das. So bitter, 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 bitter. Längel. Ja, was, ich hab dir geholfen und gleich da nebenbei noch gerne und jetzt bin ich der Bro. Wer traut sich, mein Territorium einzudringen? Ich. Alle aufgehend. Okay. Der hat ja überall Militrat hier, glaube ich. Nein. 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 Oh shit, man, du hast mir fast alle nebenweg. Nein. Und jetzt noch ein Schuss und ich will gehen. Du wirst sicher den Weg nach unten, dass ich ja nicht sterbe. Mann. Ich brauch Leben. Ich muss mir aber Leben kaufen. Naja, wenigstens hab ich noch einen Schuss. Nö. Einmal noch, wenn du nicht. Der Rest geht euch nichts an. Ja, 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 ja. Nein, ich bin doch knapp. Nein, ich bin doch knapp. Keiner geht in mein Territorium. Ich bin immer noch der Bro, du Arsch. Wie seid ihr denn da noch? Da ist jeder früh. Lass uns zusammenarbeiten, okay? Okay. Okay. Achtung, ich komm. Wehe, du Kind. Lass. Okay. Okay. Ich auch. Ich wollte nur ein Kind haben. Backpfeife dafür. Und, ähm, ja. Habe ich noch eine Backpfeife gegeben dafür, Aron. Na, geht. Wie die alle runterfallen. Haha, gigant. Ja, mein Kind. Mann. Komm. Okay. Oh, warte, ich brauch das Leben da vorne. Okay. Ich eigentlich auch. Ich töte dich. Doch. Wir töten jetzt alle, Kim und ich. Auch wenn wir zusammen. Achtung, ich lege auf. Ich lege auf einer Seite Minin. Nicht da fahren. Nicht da fahren. Nicht da fahren. Okay, dann lege ich auf Minin. Eins vor allem. Jetzt alle gegen mich? Nein. Ne, alle gegen alle. Außer Kim und ich, wir machen Team. Nachmittags, wir lassen. Oh, oh ja, jetzt hab ich auch verlieben. Ich falle euch jetzt von oben weg. Nein, machst nicht. Die wissen gar nicht. Achtung, ich leg noch mal, ich kann noch mal die Wien legen. Hier, warte. Oh, dann nochmal, ach ich hab noch mal, ach 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 ach. Ach, ach, ach ach, 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 ach. Ach, ach, ach. Ach, 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 ach. Ach, ach, ach. Ach, 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 ach. ich habe eine gute idee wir machen nie für die machen im zelt und wir müssen das war so genau ich mir die hand ich baue dir ein schlusses an denn so irgendwie irgendwann ja in die hand ich baue dir ein schlusses an wie aus dem Spiel die geben wir noch in Pführung was? Achtung ich komm oh Alter, verschastest du es? Nein! Ich raste gerade total. Ihr müsstet mich mal sehen. Die ganzen Kiel, nicht Kiel. Komm runter, komm runter zu mir. Komm runter zu mir. Ich will, dass du mir vertraust. Komm runter zu mir. Nein, keiner kommt, jemand anders runter. Komm zu mir. Ey, mach mal ein Wienfeld. Ich bin dabei. Ey, jetzt komm zu mir. Nein, komm. Ich will, dass du mir vertraust. Komm da, die Schrift. Ja, nein. Gigant, komm. Komm, Gigant. Ich will, dass du mir vertraust. Jetzt komm. Oder ich puste dich gleich weg. Spaß. Ich war gerade nicht nur lachen. Du wolltest es so. Oh, Müllzäune von oben. Alter. Naja, bin ich. Ich bin oben gespawnt. Jetzt weiß ich, wie du siehst. Oh, bleibt das nie in dem Feld. Ja, wir sind ganz gestorben. Ey, machen wir es so. Machen wir mal, ähm... So, man darf Minen legen. Aber ihr dürft nicht in unser Territorium. Und wir, ähm, ihr dürft nicht in unser Territorium. Und wir müssen euch dann wegboosten. Das wäre doch mal eine geile Challenge, oder? Ey, ihr habt ein Territorium Gigant und Mülltonnen. Und wir haben... Welches nehmen wir oben oder unten? Wir nehmen oben. Ich nehm oben. Ne, wir nehmen oben. Man darf nicht ins Territorium. Man darf nicht ins Territorium. Also, wir haben ganz oben und hier ganz oben. Mit wem bin ich zusammen? Aber wir haben nur in der Mitte... Ja, mit wem wohl? Wer ist denn noch übrig hier? Lali Lob wohl, oder? Ähm, nein, das sind die zwei zusammen. Wir haben wir zwei und Mülltonnen. Ja, die sind wieder weg. Weg. So, und jetzt fangen wir mal an mit dem Minenfeld, ne? Oh, ich hab eine gute Idee. Wir machen ein Team. Wir machen ein Team. Gehen wir uns schlafen lassen? Ja. Ich und Lali Lob. Nein, ich und Lali Lob. Lali Lob, geh du auch raus. Und du machst doch mal nur Team. Okay, Leute, ich mach jetzt ein neues. Ähm, geht alle raus. Kommt wieder, es gibt jetzt nochmal fünf Minuten. Wenn man schnell und erst wieder... Nein. Wer ist das für den Hintergrund? Ist egal. Ähm, machst du neu? Nein, bravo. Gut. Lass mich an einem. Und zwei Giga zwei, ne? Ich und King, oder? Okay, ja. Ich und King wäre gerecht. Nein, ich und Lali Lob, weil wir zwei, wir lesbieren ja eigentlich immer zusammen. Und das wäre cool. Ja, aber die Besten... Wir gehen blau Team, oder? Wir sind ja nicht die Besten. Ich bin eigentlich immer so gut. Ja, wir sind blau. Rätst du mich ein? Ja. Achso. Ähm, Mülltonne, du musst erst rein. Ja. Oder gigantisch. Wer legt nicht ein? Genau, lad mal ein. Dann gigantisch. Na, ich mach mal ein. Okay, passt. Und wem soll ich? Ähm, nicht zu mir. Nicht zu Lali Lob. Also, ich und Mülltonne haben oben, oder? Ja, weil ihr habt ja auch das Bessere. Weil wir können nicht einfach um 100 jumpen. Boah, das ist King, oder? Ich kill erst in die Barsch, oder? Ja, genau. Oh, wie gleichzeitig. Und schaffst du es? Oh, wie episch es gerade ausschaut. Nein, und? Geschafft! Wie geil war das denn? Ich hab ihn ohne gemacht. Oh, wir machen Mienenfett, ne? Mhm. Geil! Machen wir hier einfach alles zu mit Mienen, oder? Ja. Genau, und da... Aber hier oben... Wieso dragst du? Jetzt steh ich nicht. Ja, ich wollte eigentlich nur Geschwindigkeit rechnen, weil dann geht die Mienen schneller. Doch, ist wirklich so. Echt? Mhm, musst du auch machen. Nee, gib mir das Leben, ich brauch's. Ja, ja. Verbraucht. Ich hab nochmal gelegt. Ja. Wir lassen niemand da, okay? Hier. Also, ich hab... Warte, ich... Ich hab... Ja, ich hab... Ich hab... Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke. Ich wollte das was ausbrüten. Ich war das erste Opfer. Wir legen hier überall Minen. Also von daher, ja. Wacht mal an den Wegen, wo ich runterkommen kann zu euch. Minen hin. Wo kommst du denn? Ist klar, weil... Ja, die... Wiegt da jetzt schon eine Mine? Ey! Oh! Wer hat mich angeschossen? Davon ist auch noch... Entschuldigung! Entschuldigung, Entschuldigung! Wieso? Du musst uns abschließen, ne? So, jetzt ist es, jetzt ist es gereicht. Gut gemacht. Ey, mach mal, mach mal an diese Tick-Tack-Wege, die nach unten gehen. Okay. Nein, bin ich blöd. Genau, sagen wir jetzt mal so, ihr dürft nicht runterfahren, okay? Ihr dürft nur runterjumpen. Ja. Nein! Ich bin euch gefallen! Jetzt sind meine ganzen Minen wieder weg. Okay, und dann sind noch zwei Stück da. Ich hörschüsse aber nicht, weil... Ja, das war ich, weil ich gerade versuchte, den Kurierhunderschauen. Oh! Oh! Wieso? Na, wieso? Also, ich habe gedacht, ich stecke jetzt. Ich stecke jetzt, ne? Du steckst da so drin? Oh! Du wieso? Es ist ja Killerschlag, Mann! Hier, wir haben schon drei Punkte. Giant? Ja? Mach's gut da! Machen wir halt gleich lange? Nein, jetzt ist es geil. Es ist heute dieses Control-Ponze. Ja? Die Zigarre hat ein bisschen die Base. Huh! 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 Was? Ich habe gar nicht getötet! Ja, ähm, Minen. Achso. Das ist so. Ich darf mir jetzt fail. Ich kriege nicht weh. Nein! 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 Der kommt! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Oh! Schiss, Mann! Nein! 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 Ich bin ein Schuss! Ich bin ein Schuss! Mit Atomen! Ich habe die Verbot aufgewässert, Mann! Die Sonne ist bei mir auch voll aufgebessert! Ist nicht voll, fehlt noch voll viel! Bei mir! Bei mir! Bei mir! Bei mir ist voll! Nein! Aber eigentlich alle Waffen nur aufgebessert! Wir! Ladla la 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 la! Scheiße! Wer muss jetzt da zu überschlagen? Ich war da so. Hi! Na du bist wieder da! Komm mal leg auch mal ein paar Mien, weil ich hab ... ich kann meine noch einige kaufen! Ja, auch noch mal einen Mut, die! Ciao! Ich muss noch etwas gucken.